Jean Cocteau, Lies deine Zeitung, Thema des schönen Teilnahmslosen zum Gebrauch für einen Schauspieler. Lies deine Zeitung, lies deine Zeitung, ich kenne dieses System, es ist ein herrliches System, ich schreie, frage, ich werde nervös, ich verliere den Kopf, wovor? Vor einer Zeitung. Ich sehe deine Hände, die sie halten, ich sehe deine Knie und deinen Fuß, der sich im Takt bewegt. Und ich, ich verliere jeden Takt, jedes Maß. Und hinter dieser Zeitung, dieser schändlichen Zeitung, errate ich deine dämonische Gestalt. Ich weiß, dass du mich grotesk findest. Du hältst einen Typen für grotesk, der liebt und Herz besitzt. Du, du, die behauptet, mich anzubeten und zu wissen, wie man anbetet. Ich weiß das freilich nicht. Ich weiß, wie man wartet. Ich weiß, wie man auf den Aufzug hört und hundertmal zur Tür läuft. Ich weiß, wie man das Telefon belauert und die Taxis, die langsamer fahren und dann vorüberfahren. Ich weiß, wie man bis tausend zählt, bis zehntausend, bis hunderttausend. Ich kenne alle chinesischen Martern und die nächtlichen Seelenqualen. Ich weiß, wie man aufschreit. Woher kommst du und mit wem warst du? Aber ich verstehe nicht, dich zu lieben. Du natürlich kennst dich in der Liebe aus. Du verstehst zu schweigen. Das Schweigen ist bei dir eine Kunst. Eine Zeitung. Eine einfache Zeitung. Du liest Zeitung. Hinter einer Zeitung verhöhst du meine Qualen. Und du studierst das Programm der amerikanischen Filme, wo du neue Methoden lernen willst, mir zu schaden. Woher kommst du? Wo warst du? Mit wem warst du zusammen? Antworte nicht. Du würdest deine Lüge antworten. Denn du lügst. Du lügst ununterbrochen. Lies deine Zeitung. Lies deine Zeitung. Oder tu wenigstens so, als ob du lesest. Ich lass mich von dir nicht zum Narren halten. Ich weiß ganz genau, dass du zuhörst. Dass du mich für unmodern hältst. Für verrückt. Für einen Irren, den man ins Irrenhaus stecken sollte. Halt! Halt! Mir fällt etwas ein. Du solltest die Polizei anrufen und mich von einem Rettungswagen abholen lassen. Wie? Wie? Ich glaube, du geruhtest mir zu antworten. Aber nein. Du liest und stellst dich lesend. Und du kennst die scharfsinnigsten Mittel, um mich wahnsinnig zu machen. Und dieses Radio. Dieses Radio, das du eigens für mich aufgedreht hast. Dieses Radio, das da irgendwo in der Ferne spielt. Und das bei mir zu Hause dröhnt. Bei uns. Nimm dich in Acht. Ich ertrage diese Zeitung nicht mehr. Ich werde dir diese Zeitung erdreißen. Nein! 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 Verzeih mir. Verzeih mir. Ich hab den Kopf verloren. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Ich hebe die Zeitung auf. Ich geb sie dir. Lies sie. Oder stell dich lesend. Ich füge mich. Ich. Ich füge mich. Ich bin besiegt. Ich bin das Fenster. Ich bin die Tür. Ich bin die Uhr. Ich bin die Nacht. Vor Ekel stirbt. Wem Glück nur lacht. Und der Teufel hol ihn nach Gebühr.